In der neunten Folge von »Bauer sucht Frau« besucht der Kölner Sender RTL ein Paar, das seine Hofwoche bereits hinter sich hat. Das Besondere, die beiden Turteltauben sind bereits zusammengezogen. Staffel von »Bauer sucht Frau« neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten suchten in diesem Jahr mit Hilfe von Moderatorin Inka Bause nach der großen Liebe. Doch nicht allen Teilnehmern war es vergönnt, die große Liebe im Fernsehen zu finden. Der Grund, bei einigen Paaren hat es einfach nicht gefunkt und sie beschlossen, Freunde zu bleiben. Andere Paare verstanden sich überhaupt nicht und brachen die Hofwoche vorzeitig ab. Es gibt aber auch Paare, bei denen die Zuschauer sicher sein können, dass die Beziehung auch nach der Kuppelshow bestehen bleibt. Zum Beispiel Kandidat Hans und seine Hofdame Elke. Aber auch André und Julia haben sich schon während der Hofwoche ineinander verliebt. Ein Paar ist sogar schon zusammengezogen. Bei »Bauer sucht Frau« hat es zwischen Kandidat André und Hofdame Julia heftig gefunkt. Dieses »Bauer sucht Frau« Paar hat sich gesucht und offensichtlich in der Kuppelshow gefunden. Die Rede ist von Kandidat André und seiner Hofdame Julia. Schon während der Hofwoche hat es zwischen den beiden gefunkt. Am Ende der Hofwoche kommen sich die Turteltäubchen näher und tauschen erste zärtliche Küsse aus. Also Ende gut. Alles gut. In diesem Fall. Ja. Doch damit nicht genug. Bereits in der neunten Folge zeigt RTL das Paar wieder. Und das aus gutem Grund. Denn André und Julia sind bereits zusammengezogen, wie die beiden im RTL-Interview erzählen. Moderatorin Inka Bause verrät, »Bauer sucht Frau«, Teilnehmer André und Julia sind zusammengezogen. Zwei Monate seien seit der Hofwoche mit Hofdame Julia vergangen, sagt Inka Bause in der neunten Folge von »Bauer sucht Frau«. Seitdem ist viel passiert zwischen dem Rheinländer und der Schleswig-Holstein-Errin. Kein Wunder. Denn André hat »noch nie für eine Frau« so empfunden, wie für seine Julia. Es hat einfach von Anfang an »gepasst« zwischen den beiden. So sehr, dass sie kurzerhand beschlossen, zusammenzuziehen. Julia war zwar jedes Wochenende bei André und auch er besuchte sie. Aber die beiden haben schnell gemerkt, dass eine Fernbeziehung nichts für sie ist.